Ich finde, der Skin, den ich gefunden habe, der passt zu mir. Auf dem Kopf keine Haare und so einen Bart, das ist... Du müsstest das wieder ein bisschen vorne jetzt anziehen. Genau. Äh, Wal, bist du schon da? Genau. Äh, der Key ist... Ja, genau. Wal, du weißt Bescheid. Mit wem rede ich überhaupt, weißt du? Warum wovon sage ich überhaupt was? Hello! Sprich mit der Hand! Hey, Wal! Okay, super. Wal, 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 Wal. Und scheiße, dann sind wir alle da, dann kann man was schießen. Ich bin ein grüner Hai! Oh, ist das süß! Grüner Hai! Delfin! 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 Nein! Das siehst du an der Sandsposten! Ich bin ein grüner Hai! Grüner Hai! Delfin! Ich hab mich auf den Namen geachtet, mein Gott! Es sah so aus! Meine Fresse! Ich beeilige uns auf Fisch! Ja! Ja! Nein! Nein, das ist der grüner Fisch! Nein! Nein! Der Vögel ist kein Fisch! Ich fülle! Also ich finde, das ist ein Vogel! Meeresbewohner! Meeresbewohner, da können wir uns drauf einigen! Kugel! Meeresweger? Also ich finde, das ist ein Vogel! Scharf, das wäre gestartet in meiner Küche, so muss das, äh, viewing nick, fest wie ich kann killen, achso, ja, ich kann einen Boster killen, oder mich selbst, das wäre ja phänomenal gewesen, ziemlich aus Versehen, kill zu haben, das werde ich noch tun, das wird noch passieren, aus Versehen, mich selbst gekillt, irgendwann Versehen, mich auf die hier, auch die Knopf und käme mich selbst, Cockpit, Secure die unten, versuchen es mal halbwegs systematisch zu machen, um den Buhai, da habe ich mich erschreckt, erwischt, ne? Hallo, ja, der liegt beim Lanier vom Kristall, außer beim, ähm, Volt, ja, Volt war das, ich bin gerade in der Küche, ich bin auf dem Balkon, es ist sehr laut, ähm, links unten, ja. Die ist mir gerade in Security entgegengekommen, ja, genau. Ähm, Tem, Temsi würde ich auch ausnehmen, die hat, ich glaube, die Bilder, äh, gemacht. Oh, kitch, die scanne ist ja sehr schön. Also, wenn der Kill, wenn sie frisch ist, dann würde ich Temsi auch ausnehmen. Ja, die ist auch jetzt gerade in Showers. Okay. Okay. Und ich bin auch schon... Lohna schaut Temsi beim, beim Duschen zu? Ja. Der Kill ist so laut. Nicht so laut. Der Kill muss aber auch schon über 20 Sekunden alt sein. Oh, okay. Aber kann ich trotzdem Temsi rausnehmen. Aber sonst niemand. Das ist... Das ist die... Ich nehme Temsi auch hast. Nein, Entschuldigung. Aus der Dusche, oder? 20 Sekunden geduscht, oder? Also, ich war gerade in Showers und da habe ich auch irgendwie... wie drei, vier Leute, wenn ich nicht vorbeigelaufen bin irgendwie. Okay. Also, keiner ist sass. Ich habe einen Tücher reingeschmissen. Sind alle sass. Also, skip. Und alle... Also, sass wie... Fragezeichen? Äh, ne, nicht wenn der 10 Sekunden alt ist. Oder länger. 20 Sekunden hat er gesagt, ne? Oder 20 Sekunden. Er muss mindestens 20 Sekunden alt sein. Wenn nicht sogar länger. Bait ist eine Sekunde. Und dann Self-Recode. Ja, dann war es halt ein Leck bei Red, deswegen... Das klingt logisch. Das klingt logisch. Ich vote ihn jetzt. Alles klar. Ich sehe schon, ich fliege als erstes raus. Nee. Ach, Blutzer. Also, wir wollten Red. Fliegen nicht. Wir wollten alle Red jetzt. Weil es war ein Bait bei 20 Sekunden. Das waren 20 Sekunden. Oh, Liz ist schon wieder Jester, ne? Timzy wurde bestimmt wieder Liz. Ab in der Küche. Essen fassen. Ach hier. Zurückspulen. Ähm. Ähm. Das Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Rabbe-mirab-mirab-mirab-bumm. Das Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Rabbe-mirab-mirab-bumm. Oh, okay. Schade. Ich dachte, es wäre Red. Ich habe auch gerade gedacht, ich bin gestorben. Okay. Nein, ähm. Es ist tatsächlich Temzi. Äh, die irgendwo etwas weiter oben beim, ähm, beim, ähm, Lifeline-Raum da liegt. Ich glaube da... Lifeline-Raum. Raum. So. Medical. Genau, Medical. Entschuldigung. Unten rechts? Äh. Ja, unten rechts, genau. Medical, aber oben, äh, links irgendwie. Ich glaube, da war ein Download, wenn ich es mich, wenn ich es jetzt recht weiß. Ah, ja. Ach so, okay. Jetzt begriffen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall. Genau, weil, äh, ich gerade zum, zum Light fixen wollte, aber ich habe da jetzt tatsächlich... Es ist dunkel, ich habe jetzt keinen gesehen, also. Also Light fix. Ich habe mich, ich habe mich nur vor Sabrina im Brick erschreckt, alles gut. Äh, ich bin der Electrical. Ich habe mich vor dich erschrocken. Äh. Genau, ich bin der Electrical oben in dem, in dem kleinen Raum, habe da meinen Task gemacht. Aber ich bin von, äh, von der Mitte runtergelaufen, nicht rechts. Also ich kann dann in dem Fall Platsch rausnehmen, weil der müsste eigentlich noch unter Brick sein bei mir. Oder? Also ich habe... Äh, ja. Ich bin nach vorne weggelaufen. Der Killer muss aber noch in der Nähe sein. Der Killer ist zwei Sekunden alt. Also ich habe in Cargo Bay mit Temsi den, den Tresor gemacht. Dann bin ich nach oben. Und sie ist dann nach unten weg. Und gesehen in Cargo Bay habe ich noch Sinjin und JTD, wenn ich mich richtig erinnern kann. Oh. Mehr brauche ich nicht so. Bin im Cock, bin im Cockpit. Hallo. Hallo. Okay, hat er sich vielleicht falsch erinnert. Dann war es vielleicht der andere bärtige Mann. Vorhin wurde ich glaube ich auch mit einem anderen bärtigen Mann verwechselt. Ich bin in der Elektriker unten. Aber ich glaube relativ, ich bin mir relativ sicher, dass Sinjin noch mit dem Cargo war. Ich bin ganz unten bei Elektriker. Du musst holen zu Elektriker, da daneben wurde vom Kill. Was ja auch direkt in der Nähe ist vom Kill. Ja gut, ich habe doch gerade die Cargo dieses Ding zurückgespielt. Es geht hier um Leben und Tod. Ja. Das ist mir ja scheißegal. Ja. 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 was war denn das jetzt nein könnte mich doch nicht rausschmeißen es ist ein elektricke ich leuchte mit meiner türen und meine materie mit dir oben der leuchten die sterne und dann erleuchten wir das licht ist an ich gehe voran recht ist aus ich gehe nach haus aber mir haben kabel binden hier gibt es einige tasche ich will nicht rausfliegen in den nächsten voting und ging es hier auf dem ich mache putze ich habe natürlich auf das ist noch einzelne dusche wahrscheinlich nein da hinter dir eine leiche hinterlassen und sich dann ganz legit oder lege an mich dran gepflanzt hast und dann die da ist die 110 die polizei ich habe eine frage ein moment habt ihr in elektricke auch diese riesen also eine riesige box und und zwerg war eine elektricke und davor keine box oder jetzt bin ich um ich kann auch begründen warum es sind sein muss der kill ist jetzt gerade aus der richtung wo sie liegt also besitzen beide rechts im moment doch auf mich zu sassen wieso sollen wir sind ja ich habe das übrigens auch eine gute leiche liegt in camps ja ich stehe und rechts an der handy task unter camps und dann habe ich gemerkt fünf sekunden ist der kill haben wir habe ich das wohl gemerkt unter euch jetzt selbst überlegen und da runter wo die leiche liegt also das heißt er muss die leiche gesehen haben beim vorbeigehen das ist jetzt ärgerlich oder er ist jester also den kill vorhin in medbay den hat julia gemacht ich bin leiter und deswegen habe ich das gesehen und decke gerade eben in camps den hat auch jürgen gemacht aber ich wollte eigentlich ignorieren weil sie halt saven wollte und dann glauben wir dem und dann glauben wir dem nicht wir sind nicht klar wir sind gar nicht gewesen sein das ist richtig cargo bay gestartet habe und gerade mein tresor gemacht habe habe eine frage so ist wer die als trickster gegessen diese aussage ist absoluter bullshit ich habe irgendwie das geschuld dass sin eher ein jester sein könnte tatsächlich das mit zwei die macht sinn für letzte runde ich werde jeden moment rausgewehrt muss jetzt jemanden killen jetzt bin ich gleich eher aus ich bin ich habe nichts mehr zu verlieren ich habe nichts mehr zu verlieren ich habe nichts mehr zu verlieren kann jetzt quasi kill wenn ich will dann sterbe dann ich bin sowieso tot nichts mehr zu verlieren nichts mehr zu verlieren ich bin nicht eher los kann man schrift geht jetzt patient das ist eine task und wo sind denn alle angst nicht ganz alleine verdammt ich wollte gerade ich hätte ich hätte es geschafft ich hätte ihn gekillt als ob das war schneller das kann ich sowieso schon bestätigen weil ich stand im cockpit relativ lange an dem an dem table dran und habe die ganze zeit so gedacht so okay gut überbewegen sich punkte armory passiert irgendwie nichts mit dem punkt ich dachte so okay ich glaube der lebt nicht mehr und ich gehe mal gucken und dann kamen mir zwei leute entgegen ja genau KLG und ich ja ich habe nämlich überall mal die türen auf gemacht ja wie gesagt dein armory sollte schon ein bisschen länger da tot sein ja schon mehr als 40 sekunden da ja der punkt bewegte sich schon sehr lange nicht mehr also plötchen jtt ja ich würde julia noch nicht ganz aussprechen ausschließen ja ich keine ahnung wie ich jetzt im fall das meine ist also ich kann sie vielleicht für den kick kann ich sie rausnehmen aber für die anderen weiß es halt nicht da die leichte halt ja schon über 40 sekunden liegt kann sie auch locker gemacht haben raus gewendet und so getan haben als wenn sie da jetzt wieder hingeht das meine ich genauso guter könnte ich es auch sein das hätte halt ich auch jeder sein können ja sag ich ja gerade deswegen würde ich sie aber noch nicht hundertprozentig ausschließen das meine ich nur damit jetzt bin ich sass weil sinjin sich grad irgendwas zusammengereimt hat und ja trotzdem gevotet wurde ja ich bin sass und weiß nicht mal warum also was ist jetzt besser ich hab einfach nur deinen namen genannt ja platsch oder jtt das ist schon sehr offensiv ich wollte ich wollte aber nur sagen ich wollte damit jetzt nicht ich wollte damit jetzt nicht ist region bestätigen sondern ich wollte jetzt einfach nur sagen okay es kann halt sein dass du vorher schon getötet hast das wollte ich damit auch sagen das weiß ich nicht aber ich kann prüfen dass du grad eben nicht getötet hast ich weiß nur dass ich auf Lona rausnehmen kann cool okay also Team Kuchen auf Lona oder wie ne wegen der Story ich glaube also ich hab ich hab ein ich hab ein paar Beobachtungen eigentlich ähm erste Runde weil ich hab keine Ahnung wie du vom Viewing Deck nach Volt gekommen bist du bist mir nicht entgegen gekommen als ich da hoch gegangen bin aber plötzlich kamst du aus Volt raus ähm fand ich weird als wärst du hoch gewendet ähm zweitens wenn Julia imp ist oder irgendwas böses dann platsch hat sie vorhin gedeckt oder nicht dann müssten die ein Team sein aber das abgesehen davon ich I don't know also das waren übrigens zwei verschiedene Runden die du gerade genannt hast ne in den zwei unteren in den einen Runden bin ich jetzt eine andere Brick Runde gewesen deswegen hab ich auch vorhin gesagt dass ich mich vor dir dich erschrocken hab ein in den in den den mit in den in den mit in den mit mit Klatsch und Julia machen das bisher. Oh man. Ich war Sheriff. Die machen das nicht schlecht. Ich war Sheriff und ich wollte gerade killen und wurde ich gekillt. Das ist halt so tragisch. Ich habe mir gedacht, ich wurde die ganze Zeit gesasst und habe mir gedacht, scheiß drauf, du bist eh tot. Du wirst in der nächsten Runde eh rausgewählt. Jetzt mach einfach Jolo. Jetzt kill den nächsten da reinkommt. Dann kam es rein, ich würde killen und ich war schneller und ich war tot. Das war, ach. Was passiert? Ärgerlich. Ich mag den Sound irgendwie. Ich nicht. Ja, dieser Alarm-Sound ist cool. Ich nicht. Ich mag Alarm-Sound nicht. Der ist einiges anders als beim Podos. Ja. Hier ist einiges anders als beim Podos. Ich mag ihn auch. Ich weiß, wenn du das Layout anders wäre, wenn das Layout noch ein bisschen besser wäre, dann... Ich mag den Rausflieger-Sound, dieses in der Luft dann so. Dieses... Das macht dann auch so ein bisschen... Boah, ich kann mich hinterm Goldhaufen verstecken. So ein Himmel-Sound, so ein Heaven. So ein... Heilingschein. Julia hat sich so komplett lost. Das ist ja hier... Oh, wenn da zwei kommen... Oh, nee. Ja, aber sie kämpft aber die Leiche ab. Das ist schon gar nicht so verkehrt, weil im Prinzip kann keiner hinkommen. Rechts ist die Tür zu, links ist das Flapflap nicht da. Kann eigentlich nur von unten jemand kommen. Die Story ist ja, dass das hier... Dass ich mit meiner Story nicht durchgekomme. Das ärgert mich ein bisschen. Das ist ja gehobene Klasse jetzt hier. Das heißt, das ist hier alles ein bisschen... Die Sounds sind alle ein bisschen besser und die Sounds... Alles klingt hier schöner und toller. Das ist ja ein Luxus-Schiff, auf dem wir hier sind. Das ist ja hier auf jeden Fall... Nicht das dreckige Polos, wo wir da drauf sind, sondern... Ach, cool. Ich habe gerade die... Ich habe gerade die Vent Cleaning Task. Das ist ja fantastisch. Das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn, dass es hier eine Vent Cleaning Task gibt. Das finde ich toll, dass die das eingebaut haben. Ich finde die Trickster-Box sind so geil groß. Ja, sind die so riesig, oder was? Wo hast du denn überhaupt die Tüte? Ich habe mir vorhin gedacht... Die hat mich so angeguckt. Na toll, jetzt habe ich die ganze Zeit. Jetzt habe ich das Geräusch im Hintergrund. Ich weiß, als wir oben im Vault waren, als du deinen Upload gemacht hast, dass jemand von rechts straight in den Vent gelaufen ist. Rufen wir nicht aus. Ich weiß nur, ich... Ich habe... Wie, let's so now? Jetzt sind halt legit die drei Leute übrig, die ich am meisten geshasst habe. Und ich denke mir so, wen vote ich jetzt? Ich höre auch nichts. Die Propellergeräuschen zu... Ich würde gar keinen voten, weil wir sind kurz vorm... ...Tastburn. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe gerade einen Major, einen Crew Major und den Drill. Ja, das stimmt auch. 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 Ich würde Sabrina halt irgendwie sassen, wenn sie halt nicht irgendwie mir super häufig entgegengekommen ist und mich nie getötet hat und würde ich sie halt jetzt eben den Topf werfen zusammen mit Kuchen. Aber irgendwie hat sie mich bislang nicht getötet. Also von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass sie das Gutes ist. Und dementsprechend muss ich ihr... Du lebst noch, also hat dich keiner bislang getötet. Das auch. Das auch noch nicht. Aber Ball, ganz ehrlich, wie funktioniert das mit deinen Händen da? Das schaut wild aus mit der... Hä? Ich finde das so süß mit dem Ball. Der Ball, ja, aber... Hä? Wo kommt die alle her? Ja, wo kommt die alle her? Der ist mir direkt in... Der ist mir direkt ins Auge gefallen. Ich finde das auch schön, dass wir jetzt das mal diskutieren. Der ist so schön. Ja, echt. Ich finde, ein gutes Meeting auf jeden Fall. Aber wir haben ja eigentlich ja nix, ne? Also wie gesagt, ich... Ja, es ist halt noch eine Phase. Ich bin durch mit meinen Tars. Ich renne eigentlich nur die ganze Zeit rüber. Irgendwer ist zwischen... Das ist was da in der Wurde und schönes Wichtig. Ich glaube, das war... JTG ist, glaube ich, beim Emergency gestorben. Da stand ich an Lifeline. Aber mehr kann ich dazu auch nicht beitragen. Und ich werde trotzdem sass. Ich bin ein kleiner, süßer Hai. Lass mich in Ruhe. Ich habe immer noch eine Leia drin. Na dann, gib mal Gas, Zwergi. Lass euch Gas geben. Ja, die letzte Task. Ja, die letzte Task. Wie geil ist die riesig, die Box ist, ey. Ja, keine Ahnung. Wo sollen wir das wissen, wo deine letzte Task ist? Ich habe den großen Blinken in der Pfeil. Ich weiß bloß nicht, wo der irgendwo dahin zeigt. Ich habe hier große Blinken in der Pfeil, oder? Ach, Tab drücken, da sind gelbe Punkte. Ah, hier. Ich habe die Task. Mal wissen, bevor die Imposter den Jakal töten und es vorbei ist. Ja, ja, ich guck doch schon, dass die Handytask... Die halt einfach auf gut, das reicht. Die scheiß Handytask. Guter Empfang reicht. Musik .